Vier Sniper im CT-Team. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Counter- Global Offensive Overwatch auf der Map D. Das 2. Zwei Kills durch die Doors. Unser Suspect hier mit 10 zu 2 am Stizzle ein Ace gemacht. Okay. Und 80% Headshot Rate. Zwei AWP bei den CTs. Drei AW... Nein, zwei AWP bei den Ts. Und eine Scout. Holy Macaroni, da geht's ab. Und nochmal die AWP. Vier Sniper im CT-Team. Ja, ich hoffe, ihr habt Heiligabend gut überstanden. Ich hoffe, es war schön für euch. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch schöne Restfeiertage. Da war wieder dieser Turn-Bug, den wir schon beim letzten Mal hatten. Jaja, die Overwatch T-Crate ist halt nicht optimal. Also ich denke, der wird ein richtig geiles Pistol Ace gemacht haben. Ja. Oder irgendwie so in die Richtung. Und wurde deswegen halt einfach reported. Weil wie kann man einfach Ace? Das geht doch nicht. Was? Ist da doch ein Nehmer drin? Oder habe ich einen Flick verpasst? Hä? Okay, vielleicht haben wir auch ein bisschen Warhack im Spiel. Die Steps sind weg. Na klar, dann Warhack im Spiel. Also das Movement war ja gerade nicht sauber, oder? Hier kommt der Plant. komm mal ja danke ja dann hat zumindest der ballack ist bestätigt eben es ist würde ich ihm auch schon vor es geben oh was für ein zufall dieses timing oh mein gott er ist so gut niemand eben so in richtung dort niemand es sei denn man hat einen wallhack jetzt sieht da ist das igel am stil die bombe reingetrollt die letzten beiden cts auf b ok der letzte ct auf b und auch der wird geholt von karl und es steht 7 zu 4 16 kills 5 5 tode 0 assists und hat am schieten und er steht genau so dass er eigentlich getroffen werden müsste ist hier afk ja 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 du bist einfach zu scheiße für alles so so und Ja, also Beweise gibt es genug. Oben rechts könnt ihr auch selbst abstimmen, was ihr dem Suspekt geben würdet. Und da wird er wieder geholt. 7 zu 6 fürs T-Team. Und hier der Kill durch die Smoke. Uh, der war nicht schlecht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar, Like oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.